Hier kommt ein Blog hin. Da gibt es diese bekloppt bescheuerte deutsche Übersetzung von Seminat. Was mich auch aufgeregt hat. Jingle Bars, Jingle Bars. Die deutsche Übersetzung von Schlitten fahren, Schlitten fahren. Alter. Wir haben Aggressionen gekriegt. Die ganze Weihnachten. Die deutsche Übersetzung von Jingle Bars, Schlitten fahren. Das klingt, das mag vielleicht die richtige Übersetzung sein. Vielleicht, keine Ahnung. Das klingt auch nicht. Jingle Bars auf deutsch singen. Schlitten fahren, Schlitten fahren, Schlitten fahren, Schlitten fahren. Warte, kennst du mich. Nein. Einfach nein. Manche Lieder singen englisch besser, eigentlich ziemlich viele, ich will nicht alle sagen, aber englische Lieder klingen, eigentlich Weihnachtslieder auch klingen euch nicht übel, auch manche Lieder auf Latein, schmackhaft. Ich bin sonst eigentlich nicht so der Fan von Latein, auch bei Liedern, habe ich auch damals nicht in der Schule gelernt, ich hatte Russisch und Englisch, Latein war bei uns zu Glück nichts. Was wird jetzt hier angestellt? Ah, weh. Da muss man wieder kurz gucken. Das haben wir doch da oben schon zugebaut. Tutorin ja auch schon selbst ein bisschen verwirrt. Okay. So lief das doch immer. Okay, jetzt von hier, wie soll das was werden? Ja, theoretisch. Dann legst du es noch nicht ganz. Jetzt wird man hier gerade das hier durchziehen, das dann wieder abzubauen. Und da drunter. Tief geht es runter. Tief geht es runter. Oha, Kripp an der Schenke. Zum Glück kann man Frieden Modus. Sonst finde ich die Geschenke gleich weg. Bis zum Glück. Oha, Kripp an der Schenke. Oha, Kripp an der Schenke. Untertitelung des ZDF, 2020